ja hallo freunde nachts gibt es eine kleine aufnahme ja vor mir steht so ein elektro lkw von volvo der steht quasi an 300 kilowattstunden ladestation links von ihm ist noch so eine 50 kilowattstunde also man kommt hier gut mit dem lkw hin er muss nicht absatteln und die steigt jetzt aus die frau hängt ab also stand sie wahrscheinlich auch hier 45 minuten jetzt jetzt ein bisschen rückwärts und lautlos ja das ist halt perfekt guck hier 300 kilowatt und vollkommen lautlos genau das wollte ich mal zeigen okay freunde nachts dann wird schon sagen wir ich beende die aufnahme und wir haben uns bis dann tschüss